Wir befinden uns im Museum der Fantasie in Bernried am Starnberger See. Ich hatte vor 18 Monaten, im April 2014, den Auftrag erhalten, den Privatnachlass der Eheleute Buchheim nach dem Tod von Diethild Buchheim zu inventarisieren, zu sichten. Ich habe das mit meinen Mitarbeitern innerhalb von sechs Monaten geleistet. Das waren über 1000 Blatt die Drografik und daraufhin hat dann der Stiftungsrat sich überlegt, wie man weiter verfährt mit dem Privatnachlass und hat uns dann den Auftrag gegeben, eine Auktion vorzubereiten, die jetzt heute stattfindet, wo 230 arbeiten, französischer Impressionismus und überwiegend expressionistische Drografik zum Aufruf kommen. Es ist ein sehr kohärentes und stimmiges Angebot und es sind also durchaus auch Kunden aus Amerika und England hier angereist für die Auktion. Wir erwarten da doch große internationale Teilnahme. Herzlich Willkommen zu unserer Spezialauktion aus dem Privatnachlass von Diethild und Lothar-Günther-Buchheim. Zum ersten, zweiten und dritten möchten Sie 210 und rückwärts 800. Ein Angebot zum ersten, 7.007, vier zum dritten für die 53, 26, 2.600 die Dame, 1.300 aus den Niederlanden und 9.500, 10.000. Die Nummer 57, die erste Nummer von Otto Dix und zugleich die schöne Radierfolge der Krieg von 1924. Hier muss ich mit 100.000 Euro beginnen, 120.000 bin ich weg, wie lang? 120.000 Euro sind jetzt am Telefon geboten, 135.000, jetzt haben wir aber 140 am Telefon, 150.000 Euro. 150.000 Euro am Telefon gegen Saal und Telefon, 155.000 Euro, 160.000 haben wir bereits, 160.000 Euro sind geboten, 160.000 Euro sind am Telefon geboten zum ersten, 160.000 Euro zum zweiten und 160.000, niemand mehr zum ersten, zweiten und dritten. Das Liebespaar 1 von 1916 von Max Beckmann, 1.000 Euro sind geboten, bieten Sie 8.500, 8.000 Euro bei Frau Gerisch zum ersten. Ich beginne mit 800 Euro und die sind bei mir geboten zum ersten, zum ersten, zweiten und dritten. 62.000 Euro, vielen Dank, 65.000 Telefonspitz, 2.500, 800 Euro sind geboten, 700 Euro aus den Niederlanden, 1.600, ja oder nein, 470, ja, 470 Euro sind jetzt im Saal geboten, 470 Euro zum ersten und 160 zum dritten. Für die 39.000 Euro, 4.400 Euro sind bei mir geboten, 4.400 Euro sind bei mir geboten, 3.500 Euro, 7.000 Euro sind geboten, möchten Sie 7.500, danke sehr. 3.300 ist für Sie, möchten Sie 3.500 bieten, 800 ist rückwärts geboten, 800 ist der junge Herr, 850 ist vorne am Telefon, 850 sind vorne geboten, 900 neuer Bieter, vielen Dank, 950 ist für dich, 950 der junge Herr rückwärts, 950 ist rückwärts geboten, 1.000, der etwas ältere hier vorne, 1.000 Euro sind rechts geboten, 1.100, wow, 1.100 Euro sind rückwärts geboten und 1.200 ist vorne geboten, 1.200 sind vorne geboten, nein, dann ist es für dich, 1.100 warst du und 1.100 niemand mehr zum ersten, zweiten und dritten, das hast toll gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.